Hallo! Ich dreh ein Summer Haul. Also ja, Summer Haul sind eigentlich nur so Sachen, die ich jetzt so für den Sommer gekauft habe. Klamotten und dekorativ gar nichts. Nö. Ja, ich zeig euch einfach mal. Entschuldigung für diese blöde Lichtverhältnisse, weil vor meinem Fenster ist ein Baum. Und da scheint jetzt die Sonne durch, deswegen... ja, blöd. Ich fange jetzt mal mit den zwei Sachen an. Ja, doch ist es was Kosmetikmäßiges. Und zwar habe ich mir jetzt mal den Eveline Präzisions Make-up Sponge gekauft. Ich wäre halt der hier. Einfach mal um zu gucken, wenn ich mal Foundation benutze, wie das Auftragen damit ist. Weil viele sind ja davon begeistert, dass es so ebenmäßiger Airbrush-artig aussieht. Und ähm... ja, da möchte ich auch mal gucken. Ja. Dann habe ich mir bei Douglas, wie jedes Jahr, wenn Sommer ist und man sich bereut, ähm, von Lancaster den Tan Maximizer geholt in der, ähm, Sonderedition. Und zwar ist das die doppelte Größe für den gleichen Preis, genau. Und das, ähm, intensiviert nochmal die Bräune und macht sie lang anhaltend. Und, ja. Und ich finde wirklich, das bringt was. Es ist jetzt das dritte Jahr im Sommer, dass ich mir das gekauft habe. Und ich bin super begeistert davon. Ja, von Lancaster war sonst... Also hier sind jetzt 250ml drin. Und sonst ist das immer so eine 125ml Pulle. Und kostet gleicher Preis. Also, da sollte man, wenn dann schon, zuschlagen. Dann, habe ich mir mal bei Primark so ein Blutkissen gekauft. Ich weiß nicht, ob ich... ich habe es noch nicht ausprobiert. Wollte es einfach mal testen. Ähm, es gibt irgendwie zwei Größen. Dann gibt es noch kleine. Aber die waren mir dann zu klein. Und der ist mir irgendwie... Ja, irgendwie ein bisschen groß. Mal gucken, wie ich damit umgehen kann. Oder ob ich damit auch umgehen kann. Ich weiß es nicht. Also, ein Blutkissen wollte ich unbedingt mal testen. Dann brauchte ich für meine Handtasche eine neue Haarbürste. Habe ich auch bei Primark gekauft. So eine kleine, weil meine alte... Die ist mir auf die Erde gefallen und in tausend Stücke kaputt. Das war irgendwie mal so eine kleine von H&M. Ja. Deswegen, ich muss in meiner Handtasche eine kleine Haarbürste vor unterwegs dabei haben. Dann habe ich halt die von Primark gekauft. Erfüllt ihren Zweck. Und, ähm, ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu Klamotten. Ähm. Sorry. Alles durcheinander. Den Pullover, den habe ich mir mal vor... in einer längeren Zeit gekauft. Der ist jetzt auch noch auf links gedreht. Weil den hatte ich gestern an. Ja. Aber ich wollte euch den zeigen. Und zwar ist das der hier mit Sternchen. Ähm. So recht dünn. Aber sehr leicht. Und... Den habe ich mal gekauft bei H&M in der Kinderabteilung. Das ist die Größe... Das ist die Größe... Ja. Also der ist ja recht locker und dünn. Gerade jetzt so im Sommer mal zum Überwerfen ist der echt schön. Und ja. Preis weiß ich nicht mehr. Weil den habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Und habe aber noch nicht irgendwie geguckt. Oder im Video mal gezeigt. Weil ich eigentlich sammeln wollte. Und dann halt so ein Sammel-Summer-Hall machen. Ähm. Parallel zu dem Pullover. Also am selben Tag habe ich mir die Hose hier gekauft. Ich mag ja diese schlapper, dünnen Sommerbuchsen. Ähm. Ja. Das ist die hier. Auch von H&M. In der Größe S. Ja. Die ist halt richtig schön dünn. Schlapperig. Das Muster ist auch schön. Und die ziehe ich so, so, so gerne an im Moment. Ähm. Sobald die außer Wäsche ist und... Sauber trocken, dann wird die auch wieder gleich angezogen. Dann habe ich mir ein Bikini gekauft. Aber nicht aus dem Grunde. Weil ich schwimmen gehe. Nee, ich gehe nicht schwimmen. Sondern einfach um auf Terrasse sich zu sonnen. Und den fand ich so süß. Und der war halt 50% Sale. Und es war auch der letzte. Äh. Weil ich war an einer Kasse und da war... Kam ein Mädel an mir vorbei und guckte so. Und rannte gleich zu den Bikinis und guckte, ob der da nochmal war. Nee, das war der letzte. Und zwar ist das so ein Bandeau. Obwohl... Nee, es gibt auch noch so ein Band hier. In pink, was man nicht so um... Heizen machen kann, aber ich mache halt ohne. Ist halt so. Schnürt man hinten halt zu. Mit so einem Bändchen. Und dann halt dazu passen die... Hose. So. Ja. Die Hose dazu. Sehr bequem und... Erfüllt seinen Zweck. Also wie gesagt, schwimmen... Gehe ich ja nicht. Zum Sonnen ist er ganz cool. Und ich fand ihn so süß. Den kann man auch mal... Ähm... So anziehen. Und dann halt irgendwie was Lockeres doa. Finde ich ganz süß. Und... Ja. Dann habe ich mir bei... Primark einen Maxi-Rock gekauft. Der wird auch wieder auf links gedreht. Ähm... Der ist... Relativ lang. Ich muss den halt oben... Am Bündchen ein bisschen umkrempeln. Ähm... Zum umnähen lassen... Will ich jetzt aber auch nicht. Und zwar ist das der hier. So ein richtig langer Maxi-Rock. Und sehr bequem. Ja. Den hatte ich auch schon zweimal an. Pegt sich total schön locker. Und... Gerade jetzt so für den Sommer ganz cool. Mit einem Tube-Top oder Tank-Top. Und dazu irgendwie Sneakers oder so. Also richtig, richtig cool. Gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Aber ich fand die Farbe ganz schön jetzt im Sommer. Dann... Weiß ich nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt hatte. Ähm... Hatte ich mir bei... Die Colosseum. Also das Ding habe ich schon länger. Also... Das hatte ich auch auf dem... Hannover Oli Festival an. Und zwar ist das ein... Ich glaube, das habe ich euch gezeigt, oder? Kann sein. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich dann halt hier so ein... Bandeau-Ding mit einer kurzen Hose dran... In so Neon... Und das habe ich mir jetzt nochmal... In... In Leo gekauft. War auch voll 7 Euro. So. Und dann auch wieder mit einer kurzen Hose. Weil wenn es echt so super heiß ist... Ähm... Ist das echt ganz cool. Ja. Auch bei Colosseum. Dann habe ich mir bei H&M... Äh... H&M... War ein Rock runtergesetzt auf 2 Euro. Und zwar... Ist das der hier. Ach so. Richtig Neon-Pink. Und... Ja. Den fand ich ganz süß. Aber ich glaube, der ist relativ kurz. Aber naja. Für 2 Euro. Auch wenn es dann halt nur für zu Hause ist. Wenn es richtig, richtig heiß ist. Ähm... Ja. Fand ich auch ganz cool. 2 Euro kann man ruhig mal mitnehmen. Und dann... Äh... Ach so. Ich habe noch was. Äh... Ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft. Zwar... Ähm... Kroatisch... Mein... Case ist ganz schön... Was habe ich da mitgemacht? Keine Ahnung. Ähm... Und zwar... Habe ich ja Ray Benson Brüllen. Und bei mir ist einfach so, wenn ich eine eine Weile nicht aufsetze, dann verkaufe ich die wieder. Bevor die irgendwie dreckig oder kaputt geht oder so. Und dann hole ich mir eventuell eine andere. Oder ich sehe eine, die ich ganz toll finde. Und trenne mich dann halt von einer. Weil ich halt Kompromisse eingehe. Und ähm... Ja, so war das auch mit der hier. Ich habe halt eine von meinen verkauft. Und habe mir dann halt die hier gekauft. Moment. Ach so. Ähm... So. Es ist halt mit so einem mattierten Rahmen. Und die Bügel sind so dünn Metall. Die ist richtig federleicht auf der Nase. Und ich finde halt... Ja, die Gläser sind recht dunkel. Das ist auch ganz gut. Und ja... Ich bin ganz verliebt. Schlicht und einfach. Passt zu allem. Und... Ja. Eine Ray-Ban. Ich hole die meistens immer bei Vielmann. Weil dort sind die halt günstiger als bei anderen Optikern, glaube ich. Puh. Ich glaube, das war's. Also ich habe mir jetzt dieses Basic-Shirt von Primark mit so kurzen Ärmel. Habe ich in Grau und in Schwarz mir gekauft. Aber sowas nimmt man ja immer mal mit für 2 Euro. Und dann hatte ich mir noch einen Tube-Top gekauft. Aber das sitzt vorne und hinten nicht. Naja. So. Ich glaube, das war's. Ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und... Genießt das Wetter. Tschüss.